und zum morgen gibt es einen smoothie ich habe jetzt einen räuchertofu geschnitten und ja es den einfach so weil ich bin immer so zeit so irgendwie so richtig appetit auf ein stück räuchertofu den es schon einfach so oder alles jetzt gibt es zwei schütteln kaki und ja das sind jeweils so fünf kakis drin also zehn kakis und am morgen beginnt mit einem sprossen smoothie der ist voller sprossen und ein bisschen grünkohl und himbeere ich werde jetzt mit ein paar bananen toppen um da ein bisschen süße nach einzubringen und ja das wird die volle power immer die super kombination die richtig richtig irgendwie total gut tut alfai war linsen und mungbohnen sprossen die drei sachen zusammen sind einfach genial eine staude bananen fünf bananen 500 kalorien gibt jetzt und nun gibt es eine handvoll sprossen alfai war in dem fall heute gibt es wieder zum morgen ein smoothie heute ist drin sehr sehr viel hanfsamen ich habe einfach mal was probiert mal sehen wie ich darauf reagiere das sind ungefähr drei vierhundert gramm hanfsamen einfach mal test machen mit wasser ein paar sprossen dazu habe ich noch zeug reingemacht und jetzt am ende habe ich jetzt noch rote beete und turbinambua aus dem gotten noch reingemacht und ja einfach mal experimentieren wie ich auf verschiedene sachen wirke jetzt ist hanfsamen sozusagen das experiment einfach mal ein riesen beutel hanfsamen äpfel aus dem garten schon vorgekostet von den vögeln so jetzt gibt es hier einen ganz ganz großen und leckeren blumengohl turbinambua tomaten schnittlauch salat ziemlich groß und ziemlich heftig so und heute morgen gibt es dann die rest als das jetzt nicht der rest habe ich ein bisschen was gegessen viel mehr war es zwar nicht aber jetzt morgens gibt es die rest das habe ich keinen krönkohl mehr und deswegen gibt es kein smoothie muss ich erst hole und jetzt gibt es noch einen lebkuchen einen rohkost lebkuchen so dass jetzt der verspätete guten morgensmoodie ich habe sie gesagt ein brötchen gegessen und den rest vom salat und jetzt gibt es jetzt diesen smoothie und zum abend gibt es eine pomelo und jetzt gibt es wieder zum morgen einen smoothie und eine kakaobohnen die ich zwischen den zähnen habe eine handvoll sprossen eine staude banane jetzt gibt es frisch gepressten saft aus möhre sellerie und apfel ja und jetzt zum abend gibt es hier noch so eine energiekugel